Hallo, ich bin Susanne, Product Manager bei RYOBI. RYOBI bietet ein Sortiment von Elektrobürsten, die mühsames Putzen zum Kinderspiel machen. Im Haus wie auch im Garten. Wir bieten zwei Modelle an. Erstens, diese kompakte Akkureinigungsbürste. Ihre großen 15 cm Bürstenköpfe sind ideal, um große Flächen schnell und einfach zu reinigen. Der Bürstenkopf rotiert mit 210 Umdrehungen pro Minute und löst so mühelos eingeriebenen Schmutz und Ablagerungen. Das Werkzeug bietet Schutzklasse IPX7, kann also vollständig unter Wasser getaucht werden, nämlich 30 Minuten lang in 1 Meter Tiefe, sodass es perfekt zum Reinigen mit Wasser oder in- oder Anschwimmbecken ist. Das Produkt wird mit einem mittelharten Borstenkopf verkauft. Dann haben wir diese ausfahrbare Version, die teleskopierbare Akkureinigungsbürste mit den gleichen Merkmalen, plus einer auf bis zu 1,4 Meter Länge ausziehbaren Stange, mit der sich auch höher gelegene Stellen erreichen lassen. Der auf sechs Positionen einstellbare Kopf liefert für jede Aufgabe immer den richtigen Neigungswinkel. Diesem Modell liegen der mittelharte Borstenkopf sowie ein Schaumstoffkopf bei, der in Wasser getränkt ideal für die Autowäsche ist. Diese Bürsten können mit all unseren Zubehörköpfen verwendet werden. Ein weicher Borstenkopf, ideal zur Reinigung von Oberflächen wie Kacheln und Fugen im Badezimmer, Holz oder Vertäfelungen. Diese mittelharten Borstenköpfe für Garagentore, Mauerwerk, Gartenmöbel und Spielzeug, Blumentöpfe und Regenrinnen oder Dachdeckung. Und dann haben wir diese deutlich härteren Borstenköpfe für aggressives Reinigen von Beton oder Grills. Und zu guter Letzt unsere Schaumstoffköpfe, ideal für schonendes Reinigen mit Wasser, etwa von Autos, PVC-Böden oder Fenstern. Ich gebe weiter an Hilary, die Ihnen weitere Reinigungsgeräte vorstellt. Vielen Dank. Hallo, ich bin Hilary vom Produktmanagement Autoprodukte. Seit Jahren bieten wir den starken Max Power 36 Volt Hochdruckreiniger an und wir arbeiten intensiv daran, das Sortiment an Produkten mit und ohne Kabel zu erweitern. Wir freuen uns sehr, Ihnen die neue erweiterte Produktfamilie der Akku-Mitteldruckreiniger vorzustellen. Wenn Ihre Kunden ein Auto, eine Terrasse, Verandamöbel, einen verschmutzten Pool oder irgendetwas anderes reinigen möchten, während Sie draußen sind, brauchen Sie nur einen Mitteldruckreiniger. Dank OnePlus Akku ist er kabellos und bequem einsetzbar. Nie wieder verhedderte Kabel, nie wieder nach einer Steckdose in Reichweite suchen. Mit jedem Gartenschlauch kann er nahe am Haus verwendet werden, zum Beispiel um das Auto in der Einfahrt zu waschen. Kein Schlauch zur Hand? Kein Problem. Mit dem 6 Meter langen Ansaugschlauch kann jede Frischwasserquelle genutzt werden, zum Beispiel ein See oder einfach ein Eimer. Dieser 18 Volt OnePlus Mitteldruckreiniger erzeugt 22 Bar Druck. Viermal so viel wie ein gewöhnlicher Gartenschlauch. Die Durchflussrate von 182 Liter pro Stunde spült den Schmutz schnell weg. Dank der 3-in-1-Düse eignet er sich für verschiedenste Anwendungen. Die Turbodüse ist ausreichend stark für unterschiedliche Verschmutzungen, aber sanft genug, um den Autolack nicht zu beschädigen. Die Spüldüse gibt Pflanzen und Blumen genau die richtige Menge Wasser. Mit der 15 Grad Fächersprühfunktion lassen sich Oberflächen reinigen, zum Beispiel Verandamöbel, sodass sie wie neu aussehen. Die Kunden lieben den Mitteldruckreiniger und wollen gar nicht mehr auf ihn verzichten. Aber wir wären nicht Ryobi, wenn wir nicht noch mehr Innovationen Aussicht stellen könnten. Dies ist der neue, bürstenlose HP Mitteldruckreiniger. Der bürstenlose Motor bietet fast doppelt so viel Reinigungskraft wie der mit Bürste. Bis zu 41 Bar Druck. Der einstellbare Druck und die Durchflussrate von bis zu 160 Liter pro Stunde ermöglichen ein schonendes Arbeiten, zum Beispiel beim Abspülen des Autos. Oder nachträgliches Säubern, etwa für den Terrassenboden. Ich habe EasyClean selbst getestet und war um 25% schneller als das Gerät mit dem Bürstenmotor. Wirklich großartig. Es wird neben einem 6 Meter Ansaugschlauch auch ein Adapter für 2 Liter Flaschen mitgeliefert, sodass Sie es auch auf Reisen nutzen können. Mit dem weiteren erhältlichen Zubehörsortiment von Ryobi sind die Reinigungsanwendungen wirklich unbegrenzt. Schließen Sie für eine noch gründlichere Reinigung die Reinigungsmittelflasche an. Einfach eines unserer speziellen Reinigungsmittel einfüllen, am Mitteldruckreiniger befestigen und loslegen. Wischen Sie Fenster mit unserem brandneuen Fensterabzieher oder spendieren Sie Ihrem Auto eine Wäsche mit der Radbürste. Mit dem Ryobi Zubehör für Mittel- und Hochdruckreiniger können Sie jederzeit und überall ganz einfach sauber machen. Danke fürs Zuschauen!